Ja, mein Name ist Silvia Kern. Meine Haare sind frisch gefärbt. Die Jacke habe ich ganz sicher nicht nach das Jahre Conner kauft, sondern mindestens 15 Jahre vorher. Auch die Weste, die ich heute anhabe. Ich möchte endlich erscheinen. Ich bin aufgenommen worden im Simply-Wet-Concert, als ich einen Anfall tritt. Auch hatte ich einen Anfall bei den Zahnärzten. Die ganze Zeit hat er über mich geredet. Und ich möchte noch was machen. Der Mond läuft meinen Bewegungen hinterher, es wird richtig reingedet. Durchs Bad, durchs Klo seit Jahren. Und ich kenne mein eigenes Kind nicht mehr. Ich habe mich in der Schweiz beworben und wollte noch was Neues machen. Stattdessen bin ich als Anlag-Patient, als querschnittsgelegender Patient fast behandelt worden. Und so viel Aufmerksamkeit und dann gehe ich aus der Sendung raus. Diese Jacke, wie gesagt, Sarah Conner trug sie von Hero to Zero. Ich habe sie mindestens 15 Jahre davor gehabt. 2000, wann war diese WM? Wie gesagt, ein Konzert bei Simply-Wet bin ich aufgenommen worden. 2009, bei dem Anfall, gehen sie wieder runter, sagte Simply-Wet. Ich habe ihnen was gesagt. Sie sollen mir nicht immer zeigen, wo sehe ich diese Leute. Ja, und am 11.09. habe ich auch Geburtstag und jetzt ist bald wieder 11.06. Das Todesjahr meines Vaters ist bereits 19. Wie viele Jahre ist denn wieder her? Ich hasse Psychotherapeuten. Ich mache nicht auf Crazy. Das ist mal das Nächste. Aus dem Steh greift wieder 15.45 Uhr. Geschwingt kann man mich dann nur noch angucken. Wenn überhaupt, gell? Wenn sie dann so hergerichtet sind wie ihre Mutter. Ich hoffe, dass sie jetzt zufrieden sind. Die Säbe ist mir viel zu schön. Wer hat das mal gesagt? Damit man mich nachher herrichten muss. Oder eine OP machen muss. Mit 53, gell? Du, gefälsch und so. Oh, mir bedeutet es gar nichts mehr. Geh doch mal aus meiner Sendung raus. Ich hoffe nur, dass sie viel Spaß haben mit RTL. Gell? Im Sarg, Uschi. Küsst du rein. Last Christmas I gave you my heart for the very first day.